so moin leute herzlich willkommen zu einer weiteren folge zu call of duty 1 ich muss gerade mal kurz gucken ich will jetzt mal speichern und will in etwa merken wann ich jetzt ok muss ich zeitlich gucken keine ahnung machen wir mal bis 4 nach 4 nach 1 dann muss ich auch beinahe schon wieder abzuarbeiten ja wir sind ja jetzt hier stehen geblieben bei der Mission mit den Raketen im Schnee fall ich muss mal gucken die Maus ist richtig eingestellt weil es fühlt sich alles ein bisschen langsam an schauen wir doch mal das nehmen wir aber noch auf ne auf die Scheiße wie gefällt mir das alles gerade nicht so uhrläubig ein Gegner holy shit jawohl alle getroffen das zieht mit sich irgendwie irgendwas läuft im Hintergrund irgendwie das ist gerade nicht laggy oder so aber irgendwie stört mich das gerade ein bisschen das ist meine Scheiße irgendwie scheiße irgendwie Tacke ich müsste ein bisschen vorsichtiger sein eventuell rauskammсьig keine ahnung ich hab leider kein Visier deswegen kann ich das nicht ultra heram sagen gerade ich versuche jetzt einfach mal hier mit hiebsüller granaten so ein bisschen zuschauen. Einfach mal so ein paar Gegner umbringen. Wo kommen die denn auf einmal her? Ich habe so früh Granaten in den geschmissen. Und komischerweise super, das ist ein Spektakel hier. Werde ich jetzt erstmal speichern. Jeder Fortschritt muss natürlich abgesichert werden. Dann schaue ich doch mal. Die nächsten Gegner sind wohl hier dann. Lege ich mich jetzt hier auf die Lauer. Der Fortschritt ist jetzt direkt auch noch einer. Oh lol, Alter. Das ist manchmal echt heftig. Okay, da gibt es Leben. Ich bin hier aber nicht sicher. Na, da ist einer. Habe ich ihn erwischt? Habe ich. Auch noch einer. Ich hoffe, den habe ich jetzt auch erwischt. Okay. Die muss ich mir noch vorknüpfen. Die gehen mir sowas von auf die Eier. Das glaubt ihr mir gar nicht. Bam. So. Das springt wahrscheinlich gar nicht. Aber gut. Ich merke im Spring nicht schießen. Das bringt rein gar nichts. Ich würde jetzt hier nochmal speichern. Eben. Ganz kurz. Dann haben wir schon wieder ein paar Minuten verdaddelt. Äh, ja. Hm, scheiße. Es ist verdammt schwer, diese elenden Geschütze kaputt zu bekommen. Was ist denn jetzt? Nichts los, oder was? Okay. Hier ist jemand drin. Scheiße. Hm. Scheiße. Wo waren die denn gerade? War gar... ... überhaupt keiner mehr. So am Start. Ich glaub blind, blind vorbei bringt gar nichts, ne? Probier mal, ich probier mal. Ich probier mal, ich probier mal. Keine Ahnung. Überballat mich ab. Lol, okay. Scheiße, da sind ja noch mehr Gegenden. Oh, meine Gute. Verdummt, mo. Verdummt, axt. Ich wusste gar nicht, dass da noch mehr sind. Das sagt mir wohl keiner. So, axta, axta. Will ich erst mal hier hin? Ich hab das super gemacht. Ja, mhm. Ich schmeiß drei Granaten und wo sind sie? Hier drüben alle. Ja. Da sind schon wieder Lutscher, ey. So. Das glaubt mir keiner. Oh Mann, jetzt treffen sie mich. Ja, jetzt treffen sie mich. Super, die hab ich schon mal. Ah, auch getroffen. Alle getroffen. Ich werde hier kurz mal sichern. Da war grad noch ein Gegner. Du musst jetzt sofort ausschalten. Jetzt ist noch einer. Und ich bin natürlich unter Beschuss. Wie sollte es auch anders sein? Oder war noch zwei, ey. Also, ähm, man merkt schon okay. Man merkt schon, wie ich bin Opa. Die sind einfach, die sind einfach fast am Ende. Keine Ahnung. Ich schmeiß mal eine Granate rein. Und jetzt wird echt glücklicher, ne? Wie kommen denn da noch bitte? Mh. Ich hab's den erwischt. Wie kommen denn hier noch, Alter? Nun, langsam ist mal gut hier, oder? Weg da. Er läuft nur direkt in die Granate. Ich kann jetzt aber einfach nur hoffen. Ich über save das ja mal. Ich bin nicht echt blöd. Ja, aber 49, glaube ich, angefangen als fünf Minuten. Nämlich schon auf. So, hier ist ein bisschen Leben, das ist sehr gut. Auch wenn's nicht viel ist, aber immerhin etwas. Ja, und dann würde ich mal sagen, ist hier hinterher eventuell irgendwas noch versteckt auf der Seite, weil er hier steht, aber ich vermute mal, hier ist Ende. Ich hätte auch von Tunnel zu Tunnel gehen müssen. Ich glaub, das wäre sogar schlauer gewesen. Von Bunker zu Bunker. Aber gut. Wie ich denn so bin, mach ich das natürlich nicht. So. Granaten aufgehoben. Guck mal, da bockst er mich doch instant. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Jetzt spinnt man Bildschirm schon wieder rum, Leute. Kennt ihr das? Wahrscheinlich kennt ihr das nicht, weil ich einen einzig wahren Bildschirm habe. Der spinnt da unten rum und zeigt mir an, okay, hier Game-Modus. Scheiße, also das gibt es ja auch ein Pistole, ne? Deine Ahnung. Also merke, da unten sind jetzt mal ein paar Gegner. Da muss ich gucken, dass ich die L ausschalte. Ich muss mal hier genau rein. Wollen wir mal, ob das das bringt. Leider nicht. Warum ist denn der einfach einmal niemand? Verstehe ich nicht. Einfach warten. Die kommen schon von alleine. So. Alles klar. War jetzt hier noch jemand? Oh. Da ist noch einer. Okay. Da ist noch jemand. Muss ich auch noch landen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, aber das war, das ist nochmal glimpflich. Da bin ich nochmal glimpflich davon gekommen. Oh, hier bin ich doch richtig. Guck doch mal. Cool. So. Objekt gespeichert. Super. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich getan habe, aber ich habe irgendwas getan. Irgendwas haben wir gemacht. Keine Ahnung was, aber YOLO. So. Also wenn ich nach dieser Aufnahme-Session fertig bin, kann ich das Video leider erst wahrscheinlich heute Abend, heute Nacht durchladen, weil ich dann gleich zur Arbeit muss. Schuhe anziehen, Jacke an und dann geht es schon ab. Aber ich wollte vorher wenigstens noch ein Video aufnehmen, weil irgendwie, ich komme nicht dazu. Dann bin ich irgendwie, komme nicht abends nach Hause und dann ist es null Uhr und öh, und dann bin ich müde und schlafe irgendwie gefühlt ein und so, keine Ahnung. Ist scheiße, ja. Was willst du machen? Wo komme ich denn wieder raus her? Muss ich jetzt sehr direkt wieder das Gebäude verlassen, oder? Die Türen scheinen ja zu zu sein. Da kann ich leider nicht durch. Das heißt, ich muss wohl wieder nach oben. Also wenn ich dann bin. Vor allem, wo kommt er denn her? Sonst stehe ich ja jetzt wieder nicht. Alles klar, dann versuche ich doch mal Nochmal Also bis viel nach, habe ich gesagt Später haben wir es jetzt, ich habe ja gerade gespeichert 59 Also auch noch 5 Minuten Zeit Oh Mann Ich hoffe, hier treffe ich mal so ein paar Leute Und Ich glaube, ich habe ein paar getroffen Okay, die werden auch down Super, ey, das hat ja mit der Granat richtig gut funktioniert Aber hier müssen wir auch nicht hin Hier müssen wir auch nicht hin Wir müssen jetzt wahrscheinlich die Raketen kaputt machen Oh ja Okay Vor allem, die stehen hier einfach irgendwo um der Bahn nach Alter, wow Alter, was sind denn diese Explosionen, bitte Vor allem, hier gehen auch jetzt die Autos kaputt So nah, wie die haben Eine Rakete stehen, oder? Nö Brandneu ist nichts passiert Okay Dann haben wir das auch schon mal fertig Und ich muss wahrscheinlich jetzt Was muss ich jetzt machen? Können wir es mal eine verraten? Ich folge mal unauffällig Ah Jetzt muss ich wahrscheinlich hier durch, ne? Oder? Genau Okay Level geschafft Wir haben das Level geschafft, Leute Mehr wollte ich auch gar nicht Äh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wir gucken mal Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da-da Alter Dadurch, dass man vorhin so grün ist Wirkt einfach alles grün Ui Also ich schätze mal, dass das sogar einer der letzten Missionen sein wird Der Reichstag in Berlin Ist natürlich so von jedem epischen Kriegsspiel so die letzte Mission Und Wir sind im zerstörten Berlin Da machen wir dann beim nächsten Mal weiter, Leute Ich hoffe, es hat euch gefallen Ich gucke mal nach, ob das wirklich die letzte Mission ist Und wenn Sind wir ja bald